Ich bin Jana Lange, 23 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung bei Wollwort. An meiner Ausbildung gefällt mir am besten, dass wir sehr viel Verantwortung bekommen. Grundsätzlich, dass wir auch schon alleine gelassen werden, wo die Chefs dann wirklich sagen, du machst das Ganze alleine jetzt und entscheide selber. Und dass wir dann auch wirklich wissen, dass diese Entscheidungen dann auch akzeptiert werden und auch, dass sie alle hinter uns stehen in dem Moment. Das finde ich super. Mein Lieblingsprodukt bei uns in der Filiale ist auf jeden Fall der BH für 2,99 Euro, weil es gibt definitiv nirgendwo günstigere und bessere BHs als bei uns.